Gewechselt. Ja, weil ich... Besser! Ja! Was? Willkommen zurück zu Workday! Ja! Du hast dich über ganz viele Geister erkundet. Drei! Und wir haben mal pünktlich zum Patrican-Timer gesprochen. In welchem Stockwerk bin ich denn überhaupt? Ah! Ich bin sogar direkt da! Geil! Hab ich gut gemacht, oder? Ich bin bloß in einer Kinderherrn-Toilette. Hab ich aber gut gemacht, oder? Mit dem Klo. Also was musst du jetzt machen? Zu. Alles zu? Zu. Heil dich mal. Ah! War das nicht die Toilette... Ah! Klar! Das ist die Toilette, die ich nicht aufmachen wollte. Ich habe die Zigaretten, die für diesen Geist notwendig sind. Ich muss einfach stehen bleiben. Ich muss einfach stehen bleiben. Ganz am Anfang gefunden. Das ist das zweite Spiel, ja. Also ich muss glaube ich nur ein bisschen warten, dass diese Geist auftaucht. Warum? Genau. Also das heißt, dass auch in der normalen Modus kommt. Ja, Geist? Wir können kommen. Warte kurz. Ähm. Ist es glaube ich die noch? Ja. Ich würde gerne verwerten, dann lassen wir... Mainbuilding eins. Das ist... anderes. Ja. Die Zigaretten sind wir da. Achso, okay. Gib her. Ja, Remake. Und schau. Ja, mir hat es Remake. Ja. Remake. 3rd Floor. The girls toilet. Es muss eine Mädchenklo sein. Genau. Mädchenklo. Okay. We are looking at the second mirror. She will open the door. Right behind your back. And you've opened the door for exciting outside. She will suddenly run towards. Mhm. Mhm. Ja. Warte. Existing from the Remake. She has an appearance similar to... Mhm. Da steht da links nicht lang der Atmos oder so. Possible when you play the hard mode or more. Es ist möglich, wenn du schwer oder mehr spielst. Ja, da drunter steht ja... Ja, im... Das possible... Ehm... In super easy mode or more. Her appearance is set to a low rate. Also, sie taucht selten auf. Fasti. Nämlich fast. Okay. Ehm... Wie auch immer. Sie taucht... Sehr selten... Sie taucht selten auf. Hey! Es ist circa... 6 Uhr. Da der Groß Battle 1. Du bist nicht im WLAN-Tremmer? Naja. So langsam. Wieso kommst du... Ah... Ah... We're wanted. Dankeschön. Zum Glück hab ich gespeichert, bevor ich das Bilderritzel gemacht habe. Ja? Du hast gespeichert, bevor das Bilderritzel gemacht... Ich glaub auf der selben Etage sogar noch. Ich glaub auf der selben Etage sogar noch. Ich hab doch gespeichert! Ne, hast du nicht? Doch! Nein, hast du nicht. Ich hab's sogar noch gesagt, ich speichere mal. Gratso sind jetzt auch weg. Ja, ich weiß. Tja, is. Was? Buh... Pfuh Teufel. Ich hab' mich verschluckt. So, was haben wir denn jetzt eigentlich noch an Heilgegenständen nennen? Milchkaffee Eins runter Zwei weiter Du warst der Letzte Du warst der Erste Und ihr beiden müsst auch noch tauschen Fünf von den Kindern Nicht verbunden War das gerade koreanisch? Anscheinend Hat wohl niemand damit gerechnet, dass du mal rein ran geht Warum ist das in Sauggebäude 1? Weil da das Ding ist zum Schlüssel kombinieren Und woher weißt du welche du kombinieren musst und für was sie sind? Erstmal speichern Ich hatte noch 10 Speicherdinger übrig gehabt Keine Ahnung Also ich müsste weg von da, weil der Tut kommt Du musst in den Raum mit dem Circle Mit dem Circle? In die Werkstatt, ja Und dann auch noch hier hin zum Tonnengeräte-Raum Du weißt mal in Hauswirtschaft kaum Das geht nicht, weil ich da nicht reinkomme Warum? Weil ich da nicht reinkomme Weil der immer noch versperrt ist So, ich brauche Rot und Gelb erstmal Was weißt du woher? Ja gut, die anderen kann ich eh noch nicht verbinden Ähm, geht das hier jetzt schon? Mit dem? Nein Ich kann noch bestimmte Schlösse damit öffnen Okay Das ist das Problem Das weiß ich nicht welche Das ist gemein Hier haben wir es ja Der erste Stock vom Geräte-Raum Das sieht gerade aus Das ist auch nicht Und die Spinde? Äh, was zur Hölle? Die sind neu Ich sehe da unten den Hausmeister rum Ich hab da unten links den Hausmeister rum gesehen Hm Ja, sagst du nicht kaum Ich weiß doch wie du den Trägerst im Geist Ja, ich brauch den Liebesbrief noch Ja, ich brauch den Liebesbrief noch Und das ist halt auch seltenes auftauchen Das ist mies, dass die immer selten sind Aber ich muss bevor er kommt Kratzen hören Und Geduld aufweisen Warten wir einfach Und ich weiß nicht welche Schlüsse für welches Schloss sind Hm Aber das ist immer ein gutes Zeichen, dass die Finger fricky sind Okay Okay Weißt du, was mir da auffällt? Mhm Die Handflächen Haben bei der linken Hand zumindest so eine Art Herzform Bei beiden eigentlich Mit ein bisschen Fantasie Siehst du's? Ja Ja Ich weiß einfach ein Hinweis dafür sei das ein Liebesbrief groß Oder was das mit Liebe zu tun hat Ich hab Angst, dass der Hausmeister jetzt kommt Hör mal die Tür zu Ich glaub, du hörst, wenn er kommt Hör ich dann, wenn er piepst Oder feiert Ja Nee, nee, der klört Nee, ich meine, der wird drinnen Achso Warum? Warum? Da Da Ich sehe dich doch dahin, du scheiß Bitch Geh weg Die schon wieder wo bist du? wo bist du? warum gehst du weg? die kannte doch eh nix da ist die da war sie die kannte doch nix warum hast du abruhiert du bist jetzt immer noch aufgehauen jetzt habe ich die karte von links gehört HALTER alter du war Schockgast deswegen die ist doch plötzlich stimmt ich habe es gelesen wenn sie einmal aufgetaucht ist kann sie auf einen Schlag überlauftauen ich habe es plötzlich links gehört bam renne ich in sie rein nein meine karte also gut die 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 in der die 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 version you have to wait a little bit to see her when she appears you can hear the rubbing sound on the window glass with the water spray her name is Dazamba also ich muss ein bisschen beten warten also das mit dem schall ich bin am richtigen fernst du mit der lauflette dann habe ich ja es gibt eine mobile version davon ja okay wird das frauen hatte zu hoften das heißt ich verwarten ich muss nicht spielen mobile version gibt ja das ist mein Dschimpag ist der das ist die 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 Okay, das war jedenfalls der Baumgeist. Okay, es gibt. Weißt du, wie deine Geistentanzung hieß? Doppelgänger. Und auf Englisch? Doppelgänger. Auch auf Englisch. Weh, the hunting head ghost kommt wieder. Ich glaube, den kannst du vergessen in diesem Pass. Du hast noch zwölf Minuten. Und du hast bis jetzt kaum was anderes gemacht, außer hier zu stehen. Geil, oder? Ja, der... Da kommt dein Freund wieder. Ja, merk schon. Schön, wie ist denn da hinten? Lach nicht, wo du zu voll hast. Du könntest ja mal nach dem... Tafel-Krein. Äh, Tafel. Der heißt schon. Und wie heißt der im Englischen? The whiteboard ghost. The woman who hung herself. Er hängt sich. The ghost that can be found in Classroom 3.11 in the new building. The ghost is not seen, but appears to be moving the right board. Sie schließt sich automatisch. Sie schließt sich automatisch. Und man kann sie schwickern. Also, wo muss ich hin? New building. Echt? Neugebäude? Mhm. Und das ist Nummer 3.11. This game is exclusive to the original game in das und appears in... The white day ALNS Remake. Und was zocken wir? Dasti? Nein. Hier ist hier im Remake. Mhm. Hier zocken wir das original game. Ja, aber im Original-Game ist was komplett anderes. Im Original-Game gibt's auch andere Geister. Die wo es im Remake jetzt nicht gibt. Ne, andersrum. Die wo es im Remake gibt, aber nicht im Original gibt. Dieser Geist ist auch nicht im Remake auf. Also ich habe ein Video gesehen, da wo dieser Geist gekommen ist. In der PS4. Warum kann die von dieser Seite nicht geöffnet werden? Und was ist das Video? Nein. Von dieser Seite kann die Türen... Ich kann sie auch nicht von der anderen Seite öffnen. Ich kann sie auch nicht von der anderen Seite öffnen. Und ich... Ich kann sie auch nicht von der anderen Seite öffnen. Das Original-Spiel heißt nämlich... Ähm... The School White Day. So heißt das Original-Spiel. Ja. A liberant name school ist das Remake. The complete remake of the game to... PC... The original game gained... The original game... Blablabla... 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 Blablablabla... Blablabla... Blablabla... Da stand nämlich extra dabei... Ähm... Dass dieser Geist nicht in einer... Ähm... In einer... In einer school vorkommt. Okay. Da stand nämlich extra der Link zu dem Spiel, wo er denn nicht vorkommt. Vielen Dank. Du willst die Gas unbedingt sehen, oder? Kann hier was? Hä? Hab ich was gehört? Kann ich jetzt eigentlich hier öffnen? Nö. Also müssen wir ein bisschen Story fortschreiten, du hast ja jetzt 24 Minuten lang nichts, wer anders macht, auch auf diesen Geist zu warten. Und auf einen anderen Geist zu warten. Ja, den Klogeist, zwei Minuten lang. Sagen wir, ich renne dann noch zum Neubau. Was ist das? Warum ist das Licht schon wieder ausgegangen? Das ist fast jedes Mal hier. Aber die Tür ist auch wieder zu. Hm? Die Tür ist auch wieder zu. Ja, das ist normal in dem Raum, das ist ja schon mal passiert. Jetzt gehen wir jetzt nur zu anderen Türen und das Licht geht wieder an. Da passiert nix. Es hat mir doch schon gehabt einen dritten Part. Ja, aber du bist halt nicht lange in dem Raum geblieben. Ich vermute mal eher, dass da was passiert, wenn wir zum Hörsaal müssen. Ja, aber wir kommen durch einen anderen Raum in den Hörsaal. Also wir kommen durch den Neubau in den Hörsaal. Wo ist denn eigentlich das Klassenzimmer 2-11? Wieso 2-11? 2-10? Okay. Zeit aber ja. 4 Minuten. 4 Minuten. Du hast uns 2-11 gesucht. Scheiße. Du wirst mich wirklich nerven. Oh. Mit einem hinmal wieder. So. Genau. Den will ich. Hi. Du hast sogar das Zeichen für uns gemacht. Das bringe ich dir gleich. Kannst du mich verarschen? Hau. Ab. Dankeschön. Warum ist das Safe eigentlich wieder zu? Ist doch egal. Hä? Die Tür ging bei mir nicht auf. Du hast aber nur eine einzige Seite versucht. Ne, ich hab beide Seiten probiert. Hm. Es hieß mit dem... blau-roten Schlüssel kann ich das öffnen. Du hast aber auch gesagt, dass es normal und leichter nicht geht. Wir tun uns jetzt wieder so abhängen. Nein. Ja, ich hab's. Und so. Ich hab's. Ach ja und der Spindgeist der taucht nur auf wenn du dein Freizeit nutzt. Hm. Max, du musst doch ins neue Haus gehen. Ja, ich geh jetzt. Wenn du eh schon nichts gemacht hast in dem Perth. Und durchgehen. Er braucht 47 Minuten um den Sniper abzukommen. Was? 47 Sekunden um den Sniper abzukommen. Du hast Sniper sogar noch ein Teil von meinem Zeug gemacht. Hm. Jetzt sind wir wieder im Loop. Im Ernst jetzt? Oder? Oder? Nö. Du kattest aufkattest. Oder? 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 Oder?